Wir sind mitten im Frühling, mitten beim Alten Hallenbad hier in Vellkirch und heute Abend liegt hier die Liebe in der Luft, ganz klar beim legendären und kultigen Love is in the Air. Wie die Liebe so sprießt und wie sie tanzt, das schauen wir uns jetzt genauer an bei Feinstem Sound aus 4 und 5 Dekanen. Also los geht's! Genießt ihr es heute Abend hier im Alten Hallenbad bei Love is in the Air? Ja genau, wir genießen den Abend. Seid ihr auch verliebt? Nein, ich nicht. Was freut euch dann heute Abend in die Pulver, wenn ihr noch gar nicht verliebt seid? Also zum ersten Mal die Musik und natürlich auch die Stimmung, die ist einzigartig beim Love is in the Air und das muss man einfach miterlebt haben. Und natürlich, die Jungs, ihr, dein Geschmack? Natürlich! Ich bin sehr glücklich! Love is in the Air hat nicht nur tolle Musik, tolle Getränke, tolle Atmosphäre, sondern auch ganz, ganz hübsche Mädels. Bist du öfters bei Love is in the Air? Ja, sie bin jetzt erst ein zweites Mal hier, das ist immer super bis jetzt. Bist du auch zufrieden mit den Jungs, die heute Abend hier sind? Also ich auf jeden Fall. Und du? Und du bist zufrieden mit mir? Und du bist hier? Mit den Jungs, ich bin zufrieden mit dem Ortler, die da sind. Viele hübsche Mädels sind da, super Musik, einfach tip-top. Klasse! Und so zeigt wie es auch zufrieden. So viel. Auf jeden Fall, Love is in the Air, weiter empfehlen und geht es noch ab auf die Tanzfläche? Ja. Ade! Ade! Das spricht wohl für sich. Nicht nur im Alten Hallenwald geht es mächtig ab bei Love is in the Air, sondern auch davor. Wir sind lauter bildhübsche Mädchen, nicht nur drinnen, auch draußen. Was macht ihr denn hier draußen? Ist es euch drinnen zu heiß für lauter Liebe? Jetzt ist es nicht nur Dina Chili, ich habe ein paar fein Husten zum Hocken und zum ein bisschen Luft schnappen. Der Frühling, der Frühling. Und damit die Liebe natürlich aus den richtigen Ballen kommt, muss man sich etwas bewegen. Was tun wir jetzt? Ich habe schon zwei hübsche Mädels hier bei mir. Die Juli aus Dornberg und die Joya aus Muschnau. Und es geht jetzt ab auf die Tanzfläche, oder? Jawohl! Auf alle Fälle! Komm mit! Auf alle Fälle! Auf alle Fälle! Es ist super, doch! Das war wieder einmal das legendäre Love is India im alten Hallenbad, auf jeden Fall wieder, es wird noch kräftig getanzt und ich denke, die Nacht geht noch lange. So viel Liebe wie hier in der Luft ist, das muss man erst mal verdauen. Ich gehe jetzt ab ins Bett, leider alleine.